Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe Bumsfallerer heute auf der 360 mit Burnout Revenge, dem großartigen Burnout Revenge. Mensch, ich hab das Gefühl, ich hätte das alles schon mal gesagt. Wie kommt das? Wir spielen einen Rundermann Arcade Racer auf der Xbox 360, handelt es sich um einen Port der Playstation-Tileson. Was aber nicht heißt, dass das Spiel schlecht ist, nein, es ist grafisch eigentlich immer noch voll in Ordnung. Und ja, macht unheimlich viel Spaß und ist mittlerweile sehr günstig zu haben. Jo, wir spielen Crash Party, ich bin der Erste, es geht darum, wer am meisten kaputt macht. Drei Durchgänge jeder, ich fang an. Das Auto nimmt man mal auf, wie ich jetzt hier schüttel. Ähm, hui. Gas geben braucht man nicht, mach da alles automatisch. Gas geben, brem den Hupen. Oh, der war nicht schlecht. Ja, wie war das? Ich glück das für... Nein, ja. Geh mir das irgendwie noch nachschiebt, wenn man schnell tippt oder langsam, oder ist das total egal? Hätte ich bis heute nicht, ehrlich gesagt. Man kann ganz andere Times machen. Komisch, ist schon wieder irgendwie relativ schlecht. Na ja, das wird noch. Zielwagen bringt halt viel. Und die Masse jubelt. Ich bin einfach so gut vor. Ja, das glaub ich auch. Das ist ganz so schlecht. 37 von 70 Fahrzeugen, wo sind die denn alle oben, oder was? Ja, wir können hier anscheinend noch viel mehr machen. Theoretisch. Ich hab unten ja eigentlich ziemlich viel weggehauen, ne? Na ja, gut. Ähm, Martin als nächster. Ich freu mich. Spiel erschienen im Release ja, der 360. Kauf lohnt sich selbst heute noch. Allerdings ist es immer noch, kostet immer noch 25 bis 30 Euro, das Ding. Typische Electronic Arts, da porten die Preise meist nicht so stark. Ich kaufe das Spiel an. Ja, aber gebraucht. Kaufen, ausbauen. Ja, genau. Bei Ebay, abchecken und Co. Da findet ihr bestimmt. Lohnt sich allemal. Vielleicht haben wir es ja nächste Woche als Schnäppchen in den Podcast. Keine Ahnung. Mal sehen. Hat übrigens auch einen sehr unterhaltsamen Online-Multipeler. Und ein Zweispieler-Splitscreen. Und es ist unmöglich, viele Erfolge zu bekommen. Ja, wer da überhaupt 100 Gamerscore-Punkte hat, hat schon mal meinen Respekt geerntet. Du musst doch rechts rum können, oder? Du willst es nicht ausprobieren, das ist das Problem. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Oh, der war kacke. Der war richtig schlecht, ja. Aber immerhin, vielleicht bauen die noch ein bisschen Scheiße da. Baut sich dann noch ein... Es gibt mir einiges, wie er noch mal Gast ist, das ist die nicht. Ja, das ist die KI halt. Mati wird jetzt so schnell auf der anderen Straßenleute fliegen wollen. Nein, er entscheidet sich für den Weg. Wenn er das machen, dann wird er ja wieder... Ja, er entscheidet sich für den Weg runter. Ah, guck mal, ob es da so steht. Ja. Gut, ich gebe mal eine Gast. Großaliger Soundtrack, by the way. Können wir jetzt nicht hören, was der leise ist alles. Ne, ne, während dieses Boom Boom hörst du ihn hier nicht. Eben, also diese 5 Sekunden am Anfang. Na ja, wenn du Rennen spielst, hast du dich natürlich die ganze Zeit. Ja. Ja, das war richtig schlecht. Aber gut. Toll sein. Es war besser als ich vorhin. Welch Glück, dass das... Na ja. Wart ab, du, wart ab. Ich kann mich unterbieten. Ich kann mich unterbieten. In der Testrunde hat Christian sehr, sehr gut abgeschnitten. Dafür, dass das Spiel eigentlich das erste Mal spielt. Oder wenn man so seit 15 Minuten erst kennt. Die ganze Serie erst. Was muss ich jetzt schocken? Mich auch. Schockiert. Weil das gab es auch auf dem Gamecube. Auch Teil 2. Und der war auch großartig. Ja, und? Ich glaube, das hat mich trotzdem nicht interessiert. Ja. Ich habe viel Logik. Also. Ich würde das auf der Dreamcast entgegen hätten. Na klar, weil Dreamcast ist mir vielleicht angesehen. Na gut. Aber nur, was die Dreamcast ist. Hau rein. Wo ist das richtig? Das bin ich. War geplant. Interesting. Ja, woher kenne ich das Szenario? Du fährst zur Arbeit. Flashbacker. Ja. Hören wir mal ein bisschen das Knoi von Busuu. 385.000. Ich glaube, da habe ich die Zahl auf. Das war auch ziemlich scheiße. Ja, eigentlich ist es ziemlich schlecht. Aber es sieht irgendwie immer alles gleich aus. Ja, ja, das ist ja das Lustige. Ich weiß auch gar nicht, was ich machen muss, um mehr Punkte zu bekommen. Ja, dass das Auto so treffen, dass es möglichst die komplette Fahrbahn belegt. Auch schnell. Ja, aber ich meine, bringt das was, wenn die Autos mehr explodieren oder weniger? Ne, aber du hast ja konntet, die rechte Fahrbahn hast ja gar nicht getroffen. Es darf keiner durchfragen. Es ist irgendwie einfach. Deswegen jetzt den Bus immer ganz flug zu treffen und den irgendwie quer zu stellen. Dann läuft das an, desto schlechter. Na ja gut. Weiter geht's. Durchgang 1 von 3 haben wir erledigt. Weiter geht's. Aggressionsbewertung. Möööö. Entschuldigung. Für deine Plastik-Gerendung steigt deine Ragen 5 Maschine mehr als mit OK. Das ist auch wieder so Videospiel textmäßig. Klug eingedeutscht, die haben das. Das ist ein Auto. You can ride. Ein Auto kannst du 5 Maschine mehr mehr hochschleuten als mit 1. So, nächste Konzung. Sehr viel Spät. Alles bleibt bei beim Malten. Wuhuuu. Was sieht total aus hier? Siehst du? Quergestellt. Wunderbar. Es sah schöner aus. Es sah mir schöner aus. Bremsen tut übrigens in diesem Spiel von der KI keiner. Oh. Ein Stau. Bäh. Ich sollte reinfahren. Übrigens gibt es so Situationen, wo so ein Crashbacker gar nicht mal so klug ist, weil es ja nun mal auch ein bisschen das Knäuel entweselt. Da geht noch was, da geht noch was, da geht noch was. Na komm. Da muss er noch was, komm. Ach komm, einer noch. Here we go. Schön, sehr schön sogar. Wo soll das hinführen? Wo soll das hinführen? Weiß nicht, sehe dich nichts. Das ist die Kamera. Mist. Da ist doch nichts. 8,3 Millionen ist aber verflucht gut. Ja, ist schon nicht schlecht hier. Ist ja toll, dass du diese Aufnahme jetzt so gut bist, Nico. Ja, welch Glück, dass wir, naja. Die Ergebnisse werden addiert und wer nach dem dritten Durchgang am meisten hat, hat gewonnen. Keine Ahnung, ob wir das schon gesagt haben, aber jetzt. Das ist wirklich hilfreich, danke, Nico da auch, wer hinbekommen. Nö, es hätte ja auch sein können, dass das so noch Bomberman-like geht. Best out of. Genau. Ja, leider sind wir an, eigentlich gar wenig, aber gut. Ist ein PS2-Port. Das ist ein PS2-Port. Dann wäre es klar. Naja, auch nicht. Ist gleicher. Nee. Multi-Fank schon zu sehen, die Kunden vorher haben. Oh, 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 oh. Nein. Ui, 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 ui Ui. Was war ros. órrom, was war das? Auf waren den Schritt und wählen. Oh, wo doch kriege ich, äh, Martin, erst ganz schlecht. Was? guessing Martin ist gar nicht schlecht. Wer? Es ist das Ziel内erm reserviert. Er war wohl kompersiont. Oder war konsumender. Ja, kommt so auch sieben. Wer kommt da? 10 Millionen fast. Ja, die 10 Millionen werden es nicht ganz. Glücker. 9,9. Das war verflucht, verflucht gut. So, da haben wir einen sehr, sehr guten Durchgang, einen verflucht guten Durchgang und jetzt kommt Christian. Das spielt immer noch nicht ganz kapiert. Was? Es gibt ja immer noch ein paar Kniffe. Du musst das Ding quer stellen. Du hast alle Fahrbahnen gelegt. Was muss ich machen, damit das Auto anhält? Muss ich einfach nur berühren? Anschlittern oder? Hä? Jetzt redest du. Ich verstehe es. Ich fahre einfach von der Seite gegen. Ganz leicht. Bleibt dann auch schon stehen und muss sich richtig rammen, damit der Kopf kommt nicht. Das reicht. Du fährst mit einer Geschwindigkeit von 150 kmh Minimum in das Ding rein. Auf jeden Fall passiert da was.